Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und du siehst, wir befinden uns nicht mehr auf einer PowerPoint-Präsentation wie in der letzten Serie, sondern jetzt einfach mal im Startbildschirm von GameMaker Studio 2. Denn darum soll es in dieser neuen Serie gehen. Ich habe jetzt gerade schon 20 Teile von C-Sharp hochgeladen und ich denke, es wird einfach mal an der Zeit, etwas anderes zu machen. Und da kam mir GameMaker Studio 2 in den Sinn. Das ist ein sehr tolles IDE, eine sehr tolle Game Engine für die Entwicklung von eigenen Spielen und dementsprechend dachte ich mir, mache ich da halt mal eine Tutorial-Reihe zu. So, in diesem allerersten Video wollen wir einfach mal unser erstes eigenes Projekt erstellen und wir wollen uns einfach mal die Oberfläche vom GameMaker Studio 2 angucken, damit wir uns in den folgenden Videos dieser Serie dann auch in diesem Programm auskennen. Fangen wir also einfach mal direkt an, verlieren wir keine weitere Zeit und gucken wir uns mal an, was wir hier haben. Das hier ist der Startbildschirm von GameMaker Studio 2 und das ist das Fenster, das man immer sieht, wenn man dieses Programm öffnet. Hier können wir ein neues Programm erstellen, ein Programm, das bereits existiert, öffnen. Das können wir übrigens auch hier unter Recent Projects, da können wir die zuletzt geöffneten Programme öffnen beziehungsweise Projekte, Spielprojekte. Ich entschuldige diesen Handy-Ton. Und ja, das ist eigentlich alles hier nicht wirklich großartig besonders. Dann können wir hier noch ein Projekt importieren aus einer älteren GameMaker-Version, zum Beispiel aus GameMaker Studio 1.4 und so weiter. Dann haben wir hier unten noch den Marktplatz, der ist für uns jetzt erstmal auch nicht von Relevanz. Da kann man sich Game Assets kaufen, also Ressourcen für eigene Spielprojekte kann man sich dort kaufen oder wenn man selber welche zur Verfügung stellen will, kann man auch welche selbst verkaufen. Dann haben wir hier noch Tutorials, die brauchen wir natürlich nicht, denn wir haben ja diese Serie hier. Und dann haben wir hier noch Demos, da kann man sich Projekte runterladen, die einfach demonstrieren sollen, wie diese Engine so funktioniert, was die so kann und zu was die einfach imstande ist. Ist jetzt aber auch eher weniger von Relevanz für uns. Jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie man sich hier ein erstes eigenes Projekt erstellt. Und dafür klicken wir einfach mal hier auf den New-Button. So, wenn wir auf New geklickt haben, dann landen wir hier nochmal in diesem Create New Project Fenster und hier müssen wir jetzt auswählen, was für eine Programmiersprache wir für unser Projekt wählen wollen. Das ist eine sehr wichtige Wahl und die sollte meistens in diese Richtung hier gehen, Game Maker Language, da Drag & Drop ganz einfach nur ein sehr vereinfachtes System für komplette Programmieranfänger ist. Und auch wenn du ein Programmieranfänger bist, solltest du dich nicht an Drag & Drop gewöhnen, denn das limitiert einen einfach sehr stark und meiner Meinung nach ist es am besten, direkt die Game Maker Language, die Programmiersprache vom Game Maker zu lernen. Und das werden wir auch in dieser Tutorial-Serie und deswegen klicken wir hier drauf. So, jetzt müssen wir dem Ganzen noch einen Projektnamen geben. Ich nenne das jetzt einfach mal mein erstes Projekt. Und dann landen wir im IDE, also in der Entwicklungsumgebung. So, was haben wir hier? Wenn du schon Game Maker Studio 1.4 verwendet hast, dann siehst du, dass das Ganze hier sehr neu und vor allem anders aussieht. Wir haben hier zum Beispiel diesen Workspace, der ist komplett neu und ja allgemein ist das ganze Design überarbeitet worden. Sehr viel von der eigentlichen Funktionsweise hat sich zwar nicht verändert und die Game Maker Language blieb auch die komplett gleiche, also die Programmiersprache, da muss man sich keine Sorgen machen. Aber es hat sich hier ein bisschen was in Sachen Handhabung geändert. Und da ist der Workspace das erwähnenswerteste, neueste Feature. Der Workspace ist ganz einfach der Arbeitsbereich, das heißt, wenn wir irgendwelche Fenster in unserem Projekt öffnen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal ein Sprite erstelle, keine Sorge, was Sprites sind, lernst du noch im nächsten Video. Aber wenn ich mal eins erstelle, dann sehen wir, öffnet sich ja hier so ein Fenster und dieses Fenster ist an den Workspace gebunden. Das heißt, ich kann das hier nicht rausziehen und in diesem Workspace landen ganz einfach alle Fenster. Das ist ganz einfach aus dem Grund, dass wir hier drin dann unsere Fenster haben und die dann besser verwalten können. Wir können hier auch raus- und reinzoomen, indem wir die Steuerungstaste gedrückt halten und mit dem Mausrad drehen. Wir können uns hier auch, wir können die Kamera von diesem Workspace auch bewegen. Das heißt, wenn ich jetzt mal die mittlere Maustaste gedrückt halte und einfach mal irgendwo hinziehe, dann sehen wir, können wir auch hier das ganze Workspace View verändern. Ist also ziemlich praktisch und was auch ziemlich cool ist, wir können hier noch einen weiteren Workspace Tab erstellen und somit haben wir jetzt zwei Workspaces nebeneinander. Ist also auch ziemlich handy. Da kann man zum Beispiel hier im Workspace 2 irgendwelche Design-Dinge machen und hier kann man Programmierarbeiten und Sonstiges machen. Ist also ziemlich cool. Der Workspace vereinfacht das Ganze und macht die ganze Bedienung ein bisschen komfortabler. So, was haben wir hier auf der rechten Seite? Auf der rechten Seite haben wir den Ressourcenbaum oder den Asset Tree, wie man ihn manchmal auch nennt, aus dem Englischen. Und hier werden ganz einfach all die Ressourcen gespeichert, gesortiert in die verschiedenen Typen, die unser Projekt so hat. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie Grafiken erstellen, dann machen wir hier neue Sprites. Die landen dann hier im Sprite-Ordner und so weiter und so fort. Wenn wir Sounds erstellen, dann landen die hier im Sounds-Ordner. Und wenn wir hier mal einen Rechtsklick auf irgendeinen so einen Typ machen und dann auf Create klicken, dann erstellen wir von diesem Typ eine neue Ressource. Das machen wir jetzt aber erstmal nicht. Um die verschiedenen Ressourcentypen geht es dann im nächsten Video. Hier haben wir jetzt noch ein paar Menüs. Hier haben wir ein ganz normales, standardmäßiges Menü, wie man es eigentlich aus so ziemlich jedem Programm kennt. Hier haben wir File. Da kann man auch unter Preferences dann Einstellungen an der Entwicklungsumgebung vornehmen. Einfach verschiedene Menüs, die uns zu den verschiedensten Features dieser Software hier führen. Hier haben wir auch noch einen Help-Punkt, wo wir dann auch ins Manual reinkommen. Aber das lernen wir dann noch später. Und unter diesem Menü haben wir hier noch eine Schnellzugriffsleiste mit Icons. Das heißt, hier sind verschiedene Menüpunkte, die wir eigentlich auch hier oben kriegen würden. nochmal mit einem Icon-Button extra hier für den schnellen Zugriff hingemacht. Das heißt, wenn wir jetzt ein neues Projekt erstellen müssen, müssen wir nicht hier oben auf File und dann New Project gehen, sondern können einfach hier klicken. Wenn wir speichern wollen, können wir es einfach hier über diesen Schnellspeicher-Button machen und so weiter und so fort. Außerdem haben wir hier noch wichtige Buttons für den Debug-Modus, den Run-Modus, damit können wir unser Spiel starten, und den Stop-Modus und so weiter. Also viele verschiedene Funktionalitäten, die man einfach häufig braucht. Und ja, die sind hier in Icons verpackt. Und dann haben wir zu guter Letzt noch hier oben in der rechten oberen Ecke die Targets-Einstellungen. Also damit können wir ganz einfach den Output, wenn wir unser Spiel dann wirklich kompilieren, also exportieren, können wir noch konfigurieren, wie das Ganze stattfinden wird, was für eine Datei rauskommen soll, zum Beispiel ein Spiel, das auf Ubuntu laufen soll oder auf Mac OS. Da können wir das Betriebssystem ganz einfach wählen, das Zielbetriebssystem für unser Spiel. Dann können wir hier noch verschiedene Dinge machen, wie den Compiler auswählen und so weiter. Aber das ist jetzt alles gar nicht wirklich von Nöten. Das lernen wir alles noch kennen. Und ich wollte jetzt einfach mal hier einen kleinen Überblick verschaffen. Also, um das nochmal zusammenzufassen, wir haben hier in der Mitte den Workspace, das ist der Arbeitsbereich, hier landen alle Fenster. Hier an der rechten Seite haben wir die verschiedenen Ressourcen von unserem Projekt und hier oben haben wir ein Menü. Und hier oben in der rechten Ecke haben wir die Targetierungseinstellungen. Okay, das war es dann aber jetzt mit diesem ersten Teil. Du hast jetzt einen kleinen Überblick über dieses Programm bekommen und im nächsten Video wollen wir uns mal anschauen, wie so ein Spiel im Game Maker eigentlich aufgebaut ist, damit wir diesen Grundgedanken von dieser Engine mal verstanden haben. und wir werden uns ebenfalls die verschiedenen Ressourcentypen angucken. In diesem Sinne hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Wenn ja, dann zeig uns das mit einem Daumen nach oben. Das würde uns sehr unterstützen. Und wenn du mehr solche Videos wie dieses sehen willst oder wenn du dieser Tutorial-Serie hier folgen möchtest, dann abonniere doch am besten unseren Kanal, damit du nichts mehr verpasst. In diesem Sinne, das war es von mir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018